Ich bin Isabel, ich bin Zwei-Jetz-Lenski, bin von Soleton und habe Morbus Kron seit dem 24. Dezember 2015. Im Jugendalter habe ich es sehr schwer gefunden. Ich wusste nicht, wie damit umgehen. Ich war sehr überfordert. Ich war grundsätzlich überfordert mit mir selbst. Aber nach der Lehre bin ich dann in eine Schmerzklinik gegangen, weil es mir so schlecht ging, durch die anderen Krankheiten. Ich durfte dort drei Monate kuren. Das hat mir sehr gut gemacht. Dort konnte ich sehr viel lernen. Dann ging es immer mehr bergaufwärts. Ich bin selber noch viel reisen. Ich habe sehr viel Selbstvertrauen bekommen und rede mittlerweile sehr oft darüber. Am Anfang konnte ich nicht sagen, ich habe Morbus Kron oder die Beziehung. Ich konnte es aber nicht erklären, weil es mir unangenehm war. Mittlerweile mache ich sogar Witte darüber. Und ja, also mega cool. Ich konnte durch diese Krankheit so viel lernen. Ich wäre jetzt nicht der Mensch, wenn ich diese Krankheit nicht hätte. Und ich finde, ich wäre nicht so ein cooler Mensch, wenn ich diese nicht hätte. Ich hätte nicht so viel lernen können. Und das hat mich sehr weitergebracht, auch in meiner Reife etc. Genau. Grundsätzlich das Wichtigste ist, dass der Arzt auf einen eingeht. Und Morbus Kron ist so eine grosse Krankheit. Es ist jeder Mensch anders. Jeder Mensch geht anders damit um. Ich habe das Glück, gut damit umzugehen und einen guten Verlauf zu haben. Aber es gibt Leute, die das nicht haben. Und einfach auf das Individuum eingehen ist mega wichtig. Ist ja bei jedem Menschen wichtig. Aber gerade von Ärzten finde ich das mega wichtig. Hört euren Mitmenschen zu. Und geht auf sie ein. Empathie ist etwas mega Tolles. Es ist so eine individuelle Krankheit. Bei mir ist es jetzt mega gut herausgekommen. Ich darf jetzt Humira, also das Immunsuppressiva, absetzen. Ich habe noch ein Medikament. Früher hatte ich bis zu 18 Medikamente. Und jetzt habe ich eben noch eins. Und es gibt auch positive Verläufe. Es kommt nicht nur schlecht heraus. Und denkt positiv, wenn ihr nicht runterziehen von dieser Krankheit, wird es nicht besser. Aber am Anfang ist es logisch, dass es mega schwer ist. Aber grundsätzlich, stay positive. Auf Wiedersehen. Wir haben sicher. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Wir sehen uns.